Reiß zu den Witz! Granate! Es wäre nötig, um Nord zu töten! 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 An Groß Inquisitor Sharp. Der Manufaktor Prinzipalis von Graia teilt meine Vision für die Energiequelle. An Groß Inquisitor Sharp. Der Manufaktor ist ein Schuss für die Energiequelle. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Spice Marines! Spice Marines! Spice Marines! Spice Marines! Spice Marines! Spice Marines! Das ist ein Auge, der vor ihm gefällt. Das ist ein Auge, das fängt bei uns. Das ist ein Auge, das ist ein Auge. Das ist ein Auge, das ist ein Auge. Das ist ein Auge, das ist ein Auge. Dafür leg ich dich aus. Eifer und Wildheit! Oh, hier müssen wir sein Loch schießen. Ich stehe ja drauf, wenn die so wegfetzen. Ich bin ein Auge, das ist ein Auge. Mein Auge! Bereich machen für Hochangriff. Das ist ein Auge. Waaah! Waaah! Nein! Für den Emperator! Feigeplatzt. Ich mag die Plasmus. Meine Güte, wird das eine Arbeit, das wieder aufzubauen. Naja, dafür hat das Imperium ein paar Millionen Arbeitssklaven, äh, Arbeitswillige, brave Diener. Benjamin, Planänderung. Anna ist nicht zurückgekommen. Ich glaube, die schließen das ganze Stratum. Ich muss sie holen. Du wirst noch vor uns vom Nahrungsdepot zurück sein. Sag deiner Mutter, wo ich bin, wenn sie kommt. Und bleibt beide da. Pack das Essen so gut wie möglich an. Laut Berichten sind die Orks bereits beim Manufaktorum. Wir müssen weg, sobald wir wieder zusammen sind. Ich bin bald zu Hause. Arbeiter der Klasse 9 und darunter haben keinen Anspruch auf medizinische Versorgung. Arbeiter der Klasse 9 und darunter haben keinen Anspruch auf medizinische Versorgung. Anrufe der Klasse 9 und darunter haben keinen Anspruch auf medizinische Versorgung. Versorgung der Klasse 10 und darunter haben keinen Anspruch auf medizinische Versorgung. Vorrangiges Versorgungsfeld. Ich bringe alle Space Marines um! Ich bringe alle von der Bosse getötet! Ich bringe alle von der Bosse! 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 Sie waren der unabgeschirmten Energiequelle ausgesetzt! Im Generatorraum! Ich habe es gesehen! Sie haben pure Energie des Warps berührt! Wie können Sie noch leben?! Die Energiequelle nutzt Warp-Energien! Das Material des Chaos! Ketzerei! Meine Arbeit gegen die Xenos hat den Segen des Imperiums! Kann Ihre gesegnete Arbeit uns gegen die Orks helfen? Meine Forschung steht unter äußerster Geheimhaltung. Das Imperium verbietet ihre Nutzung ohne Genehmigung. Betrachten Sie das als Ihre Genehmigung. Wie Sie meinen. Die Energiequelle treibt in meiner Forschungseinrichtung eine experimentelle Waffe an. Die Psi-Geißel. Sie könnte die Orks zerstören. Und warum haben Sie diese Geißelwaffe nicht schon früher erwähnt? Die Psi-Geißel wurde noch nie getestet, Sergeant. Bei einer Fehlfunktion könnte sie den Planeten in zwei Teile zerbrechen. Wir haben keine Wahl. Wir feuern die Waffe ab und riskieren es. Die Psi-Geißel ist in der Kalkis-Einrichtung. Meinem Forschungslaboratorium. Das ist weit von hier. Wir brauchen eine Transportmöglichkeit. Captain, wir sind nicht weit von dem Platz, zu dem Leutnant Mira wollte. Dem Sammelpunkt der Imperialen Armee. Sie werden Walküren haben. Wir können zur Einrichtung fliegen. Suchen wir den Imperialen Außenposten. Ups. Na gut, ich kann ihn nicht leiden. Brennen wir ein Pelz in den Mandels Inquisitors. Äh, Quatsch, brennen wir ein Loch in den Pelz Inquisitors. Brennen wir ein Loch in den Pelz Inquisitor. Wenn Sie verletzt sind, kehren Sie zu Ihrem Quartier zurück. Der Maschinengott wacht über Sie. Brennen wir ein Schritt. Brennen wir ein Gabriel-盡 Vielen Dank.